Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man von einem Schaltplan, den man bei Eagle erstellt hat, bis hin zu einer fertigen Platine, die man in der Hand hält, kommt. Dieses Video ist übrigens von der Firma PCP GoGo gesponsert worden. Wie man nachher da die Platinen erstellt, das werde ich euch alles in Ruhe zeigen. Doch jetzt zeige ich euch erstmal die Platinen bzw. die Projekte, die ich umsetzen will oder auch manifestieren will. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit der ersten Schaltung von drei Schaltungen an. Ich habe hier einen sogenannten GDT-Treiber. Das wisst ihr, glaube ich, jetzt auch langsam mal, was das ist. Also ein Gate Drive Transformer Treiber. Wir verwenden hier vier ICs bzw. wir haben zwei Treiber-ICs, die jeweils parallel geschalten sind. Wir haben hier die UCC37321 und die UCC37322 Treiber. Der Treiber an sich ist relativ simpel, der Aufbau, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Nur, dass man zum Beispiel hier jetzt die Spannung anschließt. Dann haben wir die Möglichkeit, hier über den einen Jumper das Eingangssignal sozusagen von dem Oszillator reinzubekommen. Und wir haben die Möglichkeit, entweder den Treiber im Continuous Wave Modus sozusagen zu betreiben. Das heißt, wir haben einfach den nicht Interrupted, also nicht unterbrochen. Oder wir haben die Möglichkeit, den GDT-Treiber im Interrupt-Modus zu betreiben. Und dann können wir einfach noch einen anderen Oszillator anschließen, der uns das Interrupt-Signal gibt. Und der interruptet dann den Treiber. So, hier haben wir jetzt schon mal die fertige PCB, die aus dem Schaltplan erstellt wurde. Da habe ich das jetzt alles mal hier so schön hingemacht und beschriftet, dass wir das nachher auch gut bestimmen können. Ich werde vielleicht nochmal irgendein Video machen, wenn das Interesse besteht, wie man zum Beispiel jetzt einfach von wirklich von den einzelnen Komponenten bis zur fertigen PCB das bei Eagle erstellt. Ich bin jetzt zwar nicht so der Eagle-Profi, aber also die Grundskills habe ich eigentlich so drauf. Genau, hier sieht man auf jeden Fall den fertigen GDT-Treiber. Jetzt werden wir uns nochmal die anderen Platinen anschauen. Ja Leute, jetzt haben wir hier nochmal den Oszillator, denn wir benötigen natürlich auch einen Oszillator für zum Beispiel jetzt unser SSTC oder unseren Zeilentrafo-Treiber. Wir haben hier einen TL494IC, der als Oszillator dient. Wir können die Frequenz an R3 und R2 einstellen, den Tastgrad, also das Duty-Cycle an R1. Genau, die Schraubklemmen hier sozusagen, das ist der Stromeingang, Plus und Minus. Und unser Ausgang vom Oszillator mit einer Masse haben wir hier am Jumper 2. Ja, und auch hier könnt ihr wieder einmal die fertige PCB sehen. Wir haben hier einmal die drei Potentiometer. Das sind so die liegenden kleinen Trim-Potis. Hier ist die IC-Fassung. Unsere Printklemme für Plus und Minus. Eine LED, wo man sehen kann, damit es auch Spannung anlegt. Und das war es auch schon. Hier hinten der rechte Ausgang vom Jumper. Und jetzt kommen wir nochmal zur letzten Schaltung. Ja, und natürlich darf die Halbbrücke nicht fehlen. Eine Vollbrücke ist jetzt noch nicht dran, aber die Halbbrücke habe ich hier jetzt schon mal fertig. Und auch ganz simpel wieder, wir haben an den beiden Jumpern hier die Eingänge des GDTs, die natürlich dann Phasen verschoben sind. Und dann haben wir hier einmal die IRFP 460 MOSFETs, also die Leistungstransistoren. Zwei Schutzdioden jeweils, die 10er-Dioden auch zum Schutz, Geldwiderstände. Eine Sicherung habe ich jetzt auch endlich mal eingebaut. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sonst gerne mal beim Kurzschluss die Leiterbahn auch in die Luft fliegen. Hier zwei Kondensatoren als Spannungsteiler und hier an der Printklemme, da wird dann unsere Prima-Spule von der SOTC oder zum Beispiel auch dem Zeilentrafo angeschlossen. Ja, Leute, und natürlich schauen wir uns hier auch nochmal wieder die fertige PCB an, beziehungsweise halbfertig. Hier sehen wir rechts einmal den Spannungsteiler aus zwei WIMA FKP-1 150 Nanofahrradkondensatoren. In dieser Printklemme hier rechts, da wird die Prima-Spule angeschlossen und hier links wird dann einmal plus und minus halt die Versorgungsspannung für die Halbbrücke angeschlossen. Hier die beiden Jumper sind als Input von dem GDT oder dienen als Input des Signals, das vom GDT kommt. Die gehen dann einmal über die Gate-Widerstände, über die 10er-Dioden, zu den beiden Leistungstransistoren oder MOSFETs. Wir können auch IGPTs nehmen, da die meistens alle relativ gleich angeschlossen werden. Ganz wichtig natürlich auch hier die große Sicherung. Und das war es dann auch schon. So, Leute, jetzt haben wir hier nochmal einfach den fertigen Schaltplan. Und die speichere ich mir gerne einfach so ab, denn hier sehen wir zum Beispiel immer einfach die Bezeichnung, also zum Beispiel C6 und was für einen Wert das haben soll. Auf unserer Platine, auf unserer PCB steht später einfach nur zum Beispiel dann C4, C5 und wir müssen natürlich wissen, was da hinkommt. Und deswegen, ja, habe ich hier jetzt einfach mal den Schaltplan so abgespeichert. Ganz wichtig auch immer noch, dass man die Größe weiß, der Platine, denn die müssen wir später bei PCB GoGo angeben. Ja, und so habe ich das natürlich auch bei der Halbbrücke gemacht. Auch hier einmal wieder alle Beschriftungen schön und welche Werte die einzelnen Komponenten haben. Die Größe natürlich auch. Und das Ganze habe ich für den Oszellator natürlich auch gemacht. Und hier haben wir auch einmal wieder die Größe und alle Komponenten beschriftet. Ja, Leute, und wenn ihr jetzt die PCB oder beziehungsweise das Layout hier so fertig habt, dann wollt ihr natürlich das hier auch dann zu der PCB-Firma schicken. Dann müsst ihr das natürlich erstmal als Gerberdatei abspeichern. Das macht ihr, indem ihr einmal auf CAM-Prozessor geht. Da gibt es viele gute Videos im Internet, was man hier noch so einstellen kann. Da kenne ich mich jetzt auch nicht allzu gut aus. Aber hier kann man zum Beispiel die einzelnen Layers sehen. So, ne? Oder die Löcher. Genau, und dann geht man auf Process Job, muss den Ordner auswählen, wo man es speichert. Und dann haben wir die Gerberdatei. Und relativ wichtig ist, dass ihr die Gerberdateis auch immer schön als ZIP-Datei speichert. Denn, ja, so wollen die meisten PCB-Firmen das am liebsten haben. Schön verpackt. Und hier ist dann mein Ordner, wo ich dann einfach immer die Gerberdatei habe, als ZIP-Datei verpackt. Und darunter nochmal den Schaltplan jeweils. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie wir das jetzt machen. So, Leute, jetzt sind wir mal auf der Seite von PCP-GoGo. Und jetzt wollen wir uns mal unsere Platinen bestellen nach Hause. Dafür gehen wir erstmal auf Instant Quote. Und jetzt haben wir hier richtig viele Möglichkeiten, was wir alles auswählen wollen. Und dabei sind wir uns jetzt einfach mal durch. Ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Zuerst können wir das Material auswählen. Wir haben hier das normale RFR4-Board. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Das lassen wir auch so. Wir haben auch nur ein verschiedenes Design in einem Paneel. Lassen wir alles so. Größe natürlich ganz wichtig. Zum Beispiel am GDT-Treiber jetzt haben wir hier 67 x 51. Das runden wir auf, also 77 x 52 Millimeter. 77 x 52. Und wir wollen fünf Stück haben. Man kann leider auch nicht weniger bestellen. Aber besser ist lieber ein paar mehr zu haben. So, wir haben zwei Layers. Habt ihr ja gesehen. Man kann sogar bis 14 Layers. Braucht man natürlich nicht in unserem Fall. Das nächste hier ist nochmal das Material an sich. Die Temperaturbeständigkeit. Wir haben 130 bis 140 Grad. Das reicht vollkommen aus. Die Dicke lassen wir auch so voreingestellt. Den Abstand lassen wir auch voreingestellt. Die Hole Size, die minimale Hole Size lassen wir auch voreingestellt. Ganz spannend. Jetzt nochmal die Farbe. Hier kann man sich natürlich auch wieder austoben. Ich mache jetzt einfach mal ganz klassisches PCB-Grün. Platinengrün mit einer weißen Schrift hier. Sieht man auch gut. Kann man dann wahrscheinlich sehr gut erkennen. Wir haben keine Goldfinger. Lassen wir so. Die Oberfläche machen wir am besten bleifrei. Ist einfach gesünder. Und Tanting Wires lassen wir auch so. Da wir auch nicht unbedingt so hohe Stromflüsse da haben, lassen wir das Kupfer auch hier bei einer Unze Kupfer an Dicke. Und wir haben natürlich auch kein PCB Assembly, also kein Zusammenbau, beziehungsweise keine SMD Stencil, also keine Schablone. Und das war es auch schon. So einfach ist das eigentlich. Gehen wir auf Calculate. Und jetzt berechnet er uns, was es so kosten würde. Natürlich jetzt nicht in die USA, sondern nach Deutschland wollen wir. Wo ist Germany? Da. So, und da können wir natürlich auch den Versand auswählen. Die HL kostet 28 Dollar, dauert 3 bis 5 Tage. Wer ein bisschen mehr Geduld hat, kann natürlich auch FeedEx zum Beispiel nehmen. Das ist auch echt gut. Das kostet 22 Dollar. Ist natürlich ein bisschen günstiger. Je nachdem, was man so für eine Geduld hat. Und die PCBs kosten dann nur 5 Dollar. Das heißt, für eine Platine bezahlen wir 5 Dollar. Ja, Leute, und wenn ihr dann euer Produkt, beziehungsweise eure erstellten Daten, ja, in den Einkaufswagen gepackt habt, müsst ihr natürlich nur noch eure Gerber-Datei hochladen. Das macht ihr, geht ihr auf Add File, Add Gerber File, da ladet ihr das hoch. Und dann dauert das meistens so 1-2 Stunden. Dann werden die Platinen geprüft, ob das auch alles in Ordnung ist, ja. Ob zum Beispiel da irgendwelche Fehler sind, ob die das einfach so wirklich auch ausführen können. Aber da gibt es meistens gar keine Komplikation. Und dann könnt ihr das ganz normal bestellen. Denn dauert das natürlich vielleicht 3-5 Tage mit DHL. Und dann klingelt das. Und dann habt ihr eure Platinen. Ja, Leute, und damit ihr das alles nicht nochmal selbst erstellen müsst, auf Eagle zum Beispiel, geht ihr einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Da habe ich den Link zu meinem GitHub-Account. Und da habe ich die drei Projekte, beziehungsweise die drei PCBs hochgeladen. Da klickt ihr dann einfach mal drauf, zum Beispiel auf dem Oszillator. Und dann könnt ihr einfach mal jetzt zum Beispiel die Codes, beziehungsweise die Dateien runterladen. Und ja, diese Dateien downloaden. Dann könnt ihr das ganz einfach auch bestellen, wenn ihr Bock habt. So, Leute, das Paket ist jetzt angekommen von PCB GoGo mit den drei Platinen, also beziehungsweise mit den 15 Platinen. Ich bin jetzt mal richtig gespannt. Wir werden das jetzt mal aufmachen. So, und da sind sie schon. Ja, Leute, die Platinen sind heile, sehen super aus, sind noch eingeschweißt. Die werden wir gleich mal auspacken. Und ich habe noch so ein cooles Lineal geschenkt bekommen mit so SMD-Bauteilen drauf. Also mich haben die Platinen so richtig überzeugt. Ich finde die Qualität super und ich freue mich auch schon richtig doll, die zu bestücken und damit richtig coole Sachen zu machen. und das werde ich natürlich mit euch teilen, hier auf meinem Kanal. Also abonniert ihn, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr das auch nachbauen wollt, dann guckt einfach mal an die Videobeschreibung. Auf GitHub habe ich, wie gesagt, die ganzen Platinen, beziehungsweise die Gerber-Dateien verlinkt. Die könnt ihr euch einfach runterladen. Ja, und damit wären wir auch am Ende des Videos angekommen. Liked das Video, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute! ?